Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Ja ihr Lieben, ihr seht richtig. Ich bin jetzt auch auf Discord anzutreffen. Das Vici Magic Atelier mit YouTube zusammen praktisch. Hier kann man sich besser austauschen, kann über Sachen sprechen. Das ist hier unsere kleine Community, wo wir uns alle versammeln können und uns austauschen können. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was angelegt, aber es kann noch mehr werden. Bei Ideen könnt ihr das reinschreiben, was thematisch fehlt und wir können voneinander lernen. Der Link zum Beitreten ist hier gepostet bzw. unten in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Tschüss. Du bist die